Der gute Hirte, das sagte Jesus über sich selbst. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ruft seine Schafe, er kennt jedes einzelne bei seinem Namen. Die Schafe vertrauen dem guten Hirten, weil sie seine Stimme kennen und gehen mit ihm. Einer, der durch irgendeinen Hintereingang heimlich in den Stall kommt, kann nur ein Dieb sein, aber meine Schafe hören nicht auf ihn. Der gute Hirte kommt durch den Vordereingang hinein. Ich bin nicht nur der gute Hirte für meine Schafe, sondern auch die Tür, die sie zum ewigen Leben führt. Der Feind ist nur gekommen, um zu stehlen und zu töten. Ich aber bin gekommen, um Leben zu retten und Menschen zu Gott zu bringen. Ich werde auch viele Schafe von anderen stellen, Menschen aus anderen Ländern und Nationen zu Gott führen. Für sie alle werde ich selbst mein Leben aufgeben, mich opfern, sodass sie alle gerettet werden können.